Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und wie ihr schon erkennen konntet, das ist das 300 Abonnenten Special. Dazu möchte ich auch kurz sagen, das 200 Abonnenten Special war eigentlich geplant, doch die Person, die es mit mir geplant hatte und sich freiwillig gemeldet hatte, mit mir das anzufangen, hat mich dann leider im Stich gelassen und dann war es auch eigentlich schon zu spät, als er mich dann im Stich gelassen hat und das hätte auch viel zu lange gedauert. Also, dass da was geplant war, das hätte ja noch umgesetzt werden müssen und das hätte auch noch gedauert und das hätte viel zu lange alles gedauert. Und deswegen hole ich das jetzt, oder ich versuche es im 300 Abonnenten Special nachzuholen und mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Zuerst möchte ich mich natürlich auch bei jedem von euch herzlich bedanken. Ich bedanke mich dafür, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr Bewertungen abgebt, dass ihr mir einen Kommentar schreibt. Das macht mich einfach glücklich und dann freue ich mich auch, dass bei euch die Videos so gut ankommen. Und auf jeden Fall, danke an der Stelle erstmal an euch. Und was ich noch sagen wollte, ich bin auch wirklich so glücklich, wie es die ganze Zeit schon läuft mit dem Kanal, mit der Community, dass wir so schnell wachsen und ja, ich hoffe einfach, dass es noch so lange, lange so weitergeht. Und ich freue mich auch schon so auf die Zeit, wenn im Oktober endlich IQ weitergeht und wir endlich neuen Anime-Stuff bekommen. Und dann kommen nämlich auch meine Episoden-Reviews wieder zurück, worauf ich mich auch schon sehr freue, denn die Videos haben mir immer richtig Spaß gemacht, die zu bearbeiten. Und ich hoffe, wir können dann auch unter den Videos über die Folge diskutieren. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Und kommen wir nun aber jetzt zum Abo-Special. Ich habe jetzt schon fast, kann man so sagen, einen Partner. Und wie es aktuell geplant ist, ist dieser Drawing Yoa. Ich lende euch nochmal den Insta-Account ein. Lasst auch gerne ein Follow da. Die Zeichnungen, die hier zeige, sind auf jeden Fall richtig, richtig krass. Die sind so gut aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe die Zeichnung, wie nice es einfach aussieht. Das ist einfach genau dieser IQ-Style, den ich so liebe. Und um die Frage zu beantworten, was das jetzt mit dem Abo-Special zu tun hat, es wird drei Gewinner geben, also die natürlich wieder ausgelost werden. Und diese drei bekommen ein individuelles Bild gezeichnet von Drawing Yoa. Zumindest soweit das alles möglich sein sollte, aber das kann man ja alles dann absprechen. Und PS nochmal, ich packe euch auch den eBay-Kleianzeigen-Link rein, falls ihr euch dort mal die Zeichnung angucken wollt, falls ihr euch da eine kaufen wollt oder auch eine individuelle Zeichnung dort schon kaufen wollt, könnt ihr es da auch gerne tun. Schaut da bitte gerne vorbei. Und wie immer, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr das Video liken, einen Kommentar schreiben. Am besten schreibt mir, was ihr gerne gezeichnet haben würdet und natürlich meinen Kanal abonniert haben. Zum Gewinnspiel Ende, das Gewinnspiel endet am 15.9. und der Gewinner wird im Video, was dann in der Woche released wird, halt bekannt gegeben. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Das war jetzt wie gesagt nur das kurze Video zum Abonnenten-Special. Am Ende der Woche, beziehungsweise ich würde so sagen, Samstag, Sonntag, also ja Ende der Woche, wird dann noch mein Artbook-Video kommen. Da freue ich mich auch schon, das aufzunehmen. Ich habe auch noch nicht wirklich viel reingeschaut. Ich habe schon ein paar Seiten gesehen, aber ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche allen Teilnehmern Glück. Ja, danke hier nochmal an jeden von euch. Und ja, ich bin hier mit raus. Danke fürs Zuschauen und ciao.